Und Markus, was würdest du sagen, wo steht ihr jetzt nach Trainingslager und so weiter? Kannst du das schon so einschätzen? Ja, ich glaube, dass wir eine wirklich gute Vorbereitung hatten, wirklich reibungslos, muss man sagen. Wir hatten ein sehr, sehr gutes Trainingslager. Da möchte ich eine Sache noch zu sagen bezüglich des Trainingslagers. Wir haben natürlich im Trainingslager gegen Leipzig gespielt. Wir haben das mitbekommen und auch die Kritik. Und die nehmen wir auch an. Ich ehrlicherweise war mir nicht bewusst, dass das so ein kritisches Thema ist in diesem Fall. Und wir werden natürlich in der Zukunft da auch Rechnung tragen, was die Gegner angeht. Aber grundsätzlich hatten wir ein sehr, sehr gutes Trainingslager dort, wo wir wirklich gute Bedingungen hatten. Und die Jungs haben das wirklich richtig gut gemacht, haben sehr intensiv trainiert. Es waren wirklich sehr intensive Einheiten, viele Einheiten. Aber die haben das richtig gut gemacht. Und man hat schon bei dem einen oder anderen auch gesehen, dass die Automatismen natürlich jetzt kommen. Ich glaube, dass einfach auch alle, gerade auch die Jungs, die jetzt im Sommer dazu gekommen sind, dass die einfach eine gewisse Automatismen haben, dass sie das Umfeld kennen und natürlich dann auch nochmal, was die persönliche Entwicklung angeht, einen Schritt gemacht haben. Wir sind gut vorbereitet, aber letztendlich Vorbereitung sind Schall und Rauch. Es ist letztendlich völlig egal, weil es zählt halt jetzt wirklich in der nächsten Woche mit den drei Spielen, die Eindrücke, die wir haben, dann auch wirklich reell auf den Platz zu bekommen und auch die Spiele zu gewinnen. So, erste Frage an dich, Markus, gleich auch an dich, Axel. Die Vertragsgespräche jetzt mit Endika Kamada oder auch Trap, da spürt man ja förmlich, dass es mühsam, weil die Forderung sehr hoch ist, die ein Verein nicht immer gleich erfüllen möchte, erfüllen will. Wäre die erneute Champions-League-Qualifikation zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man auf den Gehaltsetat so was zupacken kann, dass man vielleicht zukünftig da etwas mehr Wucht entwickeln könnte? Und an dich noch, Axel, die Frage, wenn er jetzt sieht, die Engländer, wenn die anklopfen, dann holen die hier recht problemlos auch mal Talente für 30 bis 40 Millionen. Macht dir das ein bisschen Sorge auch für die ganze Bundesliga, dass sie da weiter abgehängt werden könnte? Und weil du ja auch gerne mal Schlagwörter benutzt, was ist denn für dich momentan das Gesicht der Bundesliga? Wie würdest du denn definieren, was macht die Bundesliga aus? Also ehrlicherweise würde ich schon mal gerne beide Fragen an Markus geben. Ja, aber fang du mal an und ich gucke mal, ob es noch überhaupt irgendwas zu ergänzen gibt. Okay, zur ersten Frage, jetzt hast du in den Raum gestellt, hohe Forderungen. Ich weiß nicht, ob das immer an monetären Dingen hängt. Grundsätzlich sind es immer auch Entscheidungen, die natürlich weitreichend sind und nicht nur monetär bei Spielern, sondern einfach auch sportlich oder wie sie sich auch in ihrer Karriere sehen. Deswegen würde ich das jetzt nicht nur auf die monetären Dinge packen. Also ich glaube, dass es einfach auch Zeit braucht. Das ist einfach so. Es gibt halt Spieler, die ja auch, wie gesagt, dann auch weitreichende Entscheidungen treffen müssen, für was ihre mittel- bis langfristige Zukunft angeht. Und trotzdem bin ich da zuversichtlich, dass wir da auch, sagen wir mal, sehr gut und auch klar aufgezeigt haben, welchen Plan wir haben, welchen Plan wir mit jedem einzelnen Spieler haben und was wir vorhaben, was wir generell mit der Eintracht in der Zukunft vorhaben. Von daher schauen wir mal, was die in den nächsten Wochen bringen. Im Großen und Ganzen, wie gesagt, ihr kennt mich mittlerweile auch, ich bin kein Freund von Ultimaten. Es geht darum, dass wir uns auf das fokussieren, worum es geht und die Spieler vor allen Dingen auch auf das fokussieren, worum es geht und dass es letztendlich Leistung bringt, das machen sie. Von daher ist das Thema für mich in dem Falle jetzt nicht so brisant. Und von daher warten wir mal ab, was die Zukunft angeht. Die zweite Frage war in Richtung Marktentwicklung bzw. Konkurrenz England. Gut, das ist natürlich so. Das ist ja jetzt nicht erst neu, das ist ja seit Jahren so, dass natürlich die Engländer schon in der Lage sind, natürlich nochmal andere Ablösesummen zu bezahlen und natürlich auch viele in diesen Bereichen natürlich dann auch einen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber uns. Aber wir haben ja nicht nur das Thema. Es ist ja letztendlich so, dass wir gerade auch vor einer Struktur stehen, bezüglich dieses Multi-Club-Ownership-Strukturen, die natürlich auch dazu führen, dass Kapital dem Transfermarkt entzogen wird, dass das Geld in diesen Strukturen bleibt und dass sie natürlich einen Pathway aufzeigen können, wenn sie im richtigen Moment die richtigen Clubs kaufen, dass das natürlich auch für uns als Club natürlich unheimlich schwierig ist, dann auch Talente zu bekommen. Schon gar nicht, was das Monetäre auf der einen Seite angeht, das wird schwierig, aber letztendlich auch eine sportliche Laufbahn zu zeigen, einen Entwicklungsweg zu zeigen. Das heißt, wir haben natürlich sehr, sehr viele Herausforderungen. Das heißt also für uns, dass wir natürlich gerade auch in diesen Bereichen kreativer sein müssen, vielleicht auch noch ein Stück weit mehr Überzeugungsarbeit leisten müssen. Ich glaube, das hat man ja dann auch gesehen, dass, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt mal Randall als Beispiel nehme, der natürlich auch in seiner Zeit unheimlich viele Möglichkeiten hatte, dann auch andere Wege zu gehen oder auch zu anderen Clubs zu wechseln, der aber sich für diesen sportlichen Weg entschieden hat. Das sicherlich zeigt und hilft uns natürlich dann auch, wenn es dann funktioniert, auch die Geschichte, die wir am Markt platzieren, wie wir bei Eintracht arbeiten, wie wir sie verbessern wollen und was wir vorhaben, natürlich dann auch ein Stück weit Überzeugungsarbeit zu leisten. Wir müssen uns gerade im deutschen Fußball mit der Thematik Ausbildung beschäftigen und wir müssen uns da wirklich jetzt auch mal an die eigene Nase packen und sagen, was haben wir Clubs gemacht in den letzten Jahren, wie haben wir ausgebildet, wo haben wir die Schwerpunkte gesetzt und man muss ja jetzt nachher sagen, in den letzten, wenn man das jetzt in den letzten 4, 5, 6, 7, 8, ich sage sogar fast 10 Jahre sieht, muss man sagen, wir haben halt vieles nicht so richtig gemacht und da müssen wir uns jetzt auch als deutscher Fußball an die Nase packen und wir bei Eintracht Frankfurt natürlich genauso, weil das auch wiederum ein Part sein wird, um Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, dass wir halt gut und besser ausbilden als andere und die Herausforderung, dass England oder auch andere Clubs mehr Geld haben, das ist so und das macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn, sich darüber zu beschweren, sondern wir müssen Lösungen finden. Wir dürfen nicht das Problem sehen, sondern wir müssen letztendlich sehen, dass wir da auch Lösungen finden und da geht es einfach darum, wie gesagt, kreativer, schneller, effizienter zu sein in gewissen Dingen, aber den Markt wirst du nicht verändern. Das Stichwort ist das Entscheidende von Markus, Wettbewerbsfähigkeit. Damit liege ich ja allen hier auch schon bei Eintracht Frankfurt seit einigen Jahren immer in den Ohren, die wir auf allen Ebenen herstellen müssen. Bei uns ist es wichtig und das sehe ich für den deutschen Fußball genauso, wenn ich das jetzt mal eine Ebene höher hebe, das war ja deine Frage, dass wir das hinbekommen im gesamten deutschen Fußball, was wir im Moment, aber auch die Freiburger geschafft haben, nämlich, dass du dich der Fußballbasis der Menschen verpflichtet fühlst, aber gleichzeitig eine Wettbewerbsfähigkeit herstellst, die unseren Möglichkeiten entspricht. Wir werden nicht auf absehbare Zeit mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten einer Premier League mithalten können. Und Aki Watzke hat gesagt, glaube ich, nicht ins Rattenrennen einsteigen beim Neujahrsempfang. Das sehe ich auch so und unsere Aufgabe muss sein, schneller zu sein, kreativer zu sein. Das ist die sportliche Seite, aber bei uns auch diese Verankerung zu lassen. Dass das eine immer größere Herausforderung wird, weil immer mehr das Tempo, mit dem sozusagen auf die Wettbewerbsintegrität oder die Wettbewerbsfähigkeit eingegriffen wird, die nimmt aus meiner Sicht immer mehr zu. Waren es vorher vereinzelte Clubs, die von außen finanziert worden sind im europäischen Kosmos, wird das mittlerweile in bestimmten Ligen ja zum Regelfall und damit einen Druck auf globale Spielermärkte gemacht, aber auch auf globale Medienmärkte. Und deswegen habe ich auch die Frage beim Neujahrsempfang gestellt, so wie ich sie hier vor einigen Jahren dem Aufsichtsrat im Club gestellt habe, was ist denn eigentlich unser Weg und was sind Grundentscheidungen, die wir treffen müssen? Die Lösung kann ja nicht sein, sich wie einen Käfer auf den Rücken zu legen. Das kann ja nicht der Ansatz sein. Und zu sagen, wir warten einfach mal, was passiert. Und das verlangt aktives Handeln und es verlangt Entscheidungsfreudigkeit. Und es verlangt übrigens auch Mut und Entschlossenheit, weil vielleicht nicht alles klappen wird. Aber wir müssen uns, wir als Eintracht Frankfurt für unsere Themen in unserer Welt, aber auch die Bundesligisten und auch die Zweitligisten, der Frage stellen, was können wir tun, damit wir top bleiben, premium bleiben, damit wir nicht abgehängt werden, sondern das, was wir bekommen haben als Verantwortliche, die wir hier sitzen, nämlich eine Bundesliga auf hohem, höchstem Niveau weitergeben, auch in 20 Jahren an diejenigen, die dann Verantwortung haben und dann nicht irgendwie gesagt haben, wir geben irgendwie auf. Das ist schon, muss Teil auch dieser Club-DNA sein, dass man mit dem, was wir haben, und dazu gehört die Wucht der Basis im entscheidenden Maße mit dazu, aber auch kluge Modelle im Sport, genauso wie kaufmännisch gute Modelle, damit wir wirtschaftlich auch die Basis haben, in unseren Möglichkeiten zu investieren, und das gilt genauso auch für die Bundesliga. Deswegen, ich würde nicht sozusagen jetzt von Kampfansage sprechen, aber viel weniger ist es auch nicht. Ja, mit Blick auf 2023 und auch eine Euro 2024, dass der deutsche Fußball schon den Mut haben sollte, zu sagen, mit unseren Eigenheiten auf der Basis von 50 plus 1 gibt es auch Möglichkeiten, absolut spitze zu sein in Europa, aber dafür brauchen wir an einigen Punkten auch mehr Mut. Kolomuani war in Katar einer der Shootingstars und wie ist die Wahrnehmung der Eintracht? Einmal der Stolz, dass also die Eintracht das Sprungbrett war, dass sie überhaupt in die Nationalmannschaft kam. B ist dem Kolomuani das bewusst, dass er diese Nachnominierung der Eintracht zu verdanken hat. Kommt da was weg? Und außerdem, dass eben diese neue Situation, sein Status, ja weltweit Begehrlichkeiten wehrt. Ja, ich meine, letztendlich muss man ja sagen, dass wir auch generell, dass sich für Eintracht Frankfurt natürlich auch eine großartige WM war, was sportliche Thematik angeht, weil wir hatten sieben Spieler bei der WM. Und das ist natürlich jetzt auch außergewöhnlich. Und Randall hat das natürlich auch super gemacht. Er hat da wirklich sehr, sehr gute Spiele gemacht. Hat ja fast im Finale in Frankreich zum WM-Titel geschossen. Aber da sieht man auch, dass er noch Entwicklungspotenzial hat. Das ist vielleicht auch ganz gut, dass man in solchen Situationen auch sieht, dass ein Spieler noch dazulernen kann. Das wird ihm helfen. Randall weiß zu 100 Prozent, dass er das auch Eintracht Frankfurt zu verdanken hat. Und er hat sich ja damals auch bewusst für uns entschieden. Und ist ein sehr, sehr bodenständiger, dankbarer Mensch, auch seine Familie. Und von daher kann er das sehr, sehr gut einschätzen. Und weiß zu 100 Prozent, welchen großen Anteil wir mit Eintracht Frankfurt an seinem persönlichen Erfolg gerade speziell bei der WM haben, aber auch was seine Entwicklung angeht. Weil alle im Staff drumherum, alle im Klub ihm das Gefühl geben, willkommen zu sein. Alle ihn unterstützen. Und von daher, das weiß er sehr, sehr gut zu schätzen. Von daher ist das für uns auch natürlich auch schön zu sehen, dass Spieler sich wohlfühlen und natürlich dann auch mit Leistung das auch zurückzahlen und das auch wirklich wertschätzen, was wir letztendlich auch für die Spieler tun. Dass gut ist, wenn Spieler gut Fußball spielen und Leistung bringen, dass dann Begehrlichkeiten geweckt werden, ist halt normal. Und das ist auch gut so, weil es letztendlich, das ich vorhin eingangs gesagt habe, ist letztendlich auch ein Beweis von dem, was wir den Jungs erzählen, was wir vorhaben, was wir für Maßnahmen ergreifen wollen, um in den nächsten Schritt zu gehen. Und das letztendlich ist dann auch ein Beweis dafür, dass die Geschichte, die wir erzählen, der Wahrheit entspricht und dass wir das, was wir sagen, umsetzen. Es geht immer um Glaubwürdigkeit, auch wenn es später um das Überzeugen von Talenten angeht. Und wie gesagt, er hat eine großartige Entwicklung genommen. Er wird aber noch eine Zeit brauchen und auch noch da einen großen Entwicklungsschritt gehen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, sind wir froh, dass wir ihn haben. Und was die Marktwertentwicklung angeht und das Interesse von anderen Vereinen, ist ganz normal, aber das ist jetzt ja nichts Außergewöhnliches. Das ist ja nichts Außergewöhnliches.